Also meine lieben, Leverkusen hat es schon wieder erwischt. Irgendwo in Leverkusen-Böhrich hat es eine Explosion gegeben. Ihr seht, schwarzer Rauch verstaltet sich hier über die Stadt. Der zieht auch runter bis Opladen, Alkenrad und das weiß ich nicht alles. Guckt euch das an hier. Das ist jetzt wo ich gerade bin, ist in Quettingen. Man hört schon wieder Martinshorn blau dicht. Also in Leverkusen hat es wieder eine Explosion gegeben. Ich gucke nachher mal nach meine Lieben. Ich habe nämlich genau in dem Moment, wo das gekommen ist, habe ich eine Sprachnachricht gehört. Ob man die Explosion darauf hört, kann ich jetzt nicht garantieren. Auf jeden Fall hat es Leverkusen heute wieder getroffen. Oh, okay. Das funktioniert. Genau, an letzter Stelle. Nina hat auch erst mir gerade die Warnmeldung angegeben, nachdem ich die App geöffnet habe. Also wir sind jetzt hier im Gefahrenbereich in Leverkusen. Ich hoffe, dass es keine Verletzten oder Toten gegeben hat, weil Explosion ist ja immer so eine Sache. Und ja, wenn ich irgendwas mitkriege, haltet euch auf dem Laufenden, meine Lieben.